Servus, ich bin der Carlo, besser bekannt als der Heike Onkel und ich zeige euch heute an unserem XT40 unsere neue Klappenabgasanlage. Unsere neue Sportabgasanlage ist genau genommen in zwei Versionen erhältlich, einmal ohne Klappensteuerung und einmal mit Klappensteuerung. Heute zeige ich euch unsere Klappenabgasanlage, die wie die Sportabgasanlage mit jeder Serienheckschürze eines XT40 kompatibel ist und so ohne großen Aufwand einzubauen ist. Unsere neue Klappenabgasanlage wird mittels eines Knopfes im Armaturenbrett gesteuert oder aber auch mit diesem kleinen Spaßmacher auf- und zugeschaltet. Und weil es so viel Spaß macht, drehe ich jetzt mal eine Runde. Macht's gut! 4.0 5.0 6.0 7.0 6.0 7.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 Eine Sache noch, wir haben natürlich nicht nur für den XC40 tolle Teile, sondern für so ziemlich jedes Modell in der Volvo Produktpalette. Ich warte auf euren Anruf.